Ihr alle habt das Imperium verraten. Man wird euch befragen. Foltern. Ihr verratet mir die Namen eurer Freunde und Verbündeten. Dann werdet ihr sterben. Unser Tod wird anderen den Weg weisen. Eure sehr öffentliche, sehr schmerzhafte Hinrichtung wird ein Beispiel für die übrige Galaxis sein. Es gibt vielleicht doch eine Rebellion. Nicht weder. Nehmt euch des Jungen an. Uh, jetzt wird unser Meister kämpfen. Ist das geil. Ich habe dich gut ausgebildet. Aber du musst noch viel lernen. Bitte. Ihr könnt mir nichts mehr beibringen. Okay. Wow, 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 wow. Wow. Okay. Tadum. Peng. Alter. Wegen Beta kämpfen ist ja doch so eine andere Sache wieder. Oh, shit, 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 shit. So. Mist hat nicht geholfen hier. Aber ey, da verliert er gar nichts hier. Bisschen durch Blitze verliert er, aber ansonsten. Okay. Nein, 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 nein. Zack. Okay, mal sehen. Ich will mal was probieren. Okay. Ich bin tot. Tudu. Bop. Ich glaube, das wird nicht die Herausforderung, Leute. Wow. Mist. Peng. Okay. Boah, ey, da hat er mich becahauen, gara. Ah. Du hast mir gute Dienste geleistet. Nein, 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 nein. Das ist nun vorbei. Okay. Einfach mal durch Speed. Nein, 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 nein. Habe ich einfach nicht schnell genug, ey. Bei dem. Müsste ich jetzt früh aktivieren, das ist wahrscheinlich. Deine Reise endet hier und jetzt. Ja, geschafft. Reda hat ein unheimliches Problem mit schnellen Bewegungen. Mit schnellen Angriffen auch noch. Okay. Yeah. Auch da wieder rausgekommen. Also ich komme immer mit den schnellen Angriffen durch. Bei ihm merke ich schon. Und wieder rausgekommen hier. Nein. Boah, look up. Ui. Nächstes Level. Schubst du dich halt mal weg. Auch nicht schlecht. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh. Verstehe. Okay. Na, 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 na. Das ist auch geil. Okay. Okay. Tot. Plup. Okay. Nochmal. Mhm. Okay. Wow. Der nimmt die immer wieder und schlägt damit auf mich ein. Kloppt mich richtig zu Tode hier anscheinend. Deine Reise endet hier und jetzt. So. Oh 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 oh. Okay. Wow. Okay. Das ist, äh jetzt das Metall. Okay. Nein, 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 nein. Das ist mir nicht gefallen. Was du kannst. Kann ich auch, mein Freund. Moment. So. Boah. Trauriger Vader. Du wirst sterben wie dein Vater. Niemals. Ich nicht. Peng. Ich zeige dir die wahre Beherrschung. Wow. 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 Oh, nicht schlecht. Okay. Ah, 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 ah. Mist. Yeah. Okay, kapst, 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 kapst. Super. Okay. Oh, shit, 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 shit. Oh oh. Komm schon. Ah, es wird nichts mehr. Aber immerhin nah dran, ne? Peng. 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 Ah, komm schon. Oh, 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 oh. Ah, shit. Ich wollte gerade loslassen, ey. Ich hoffe, dass ich ihn dann treffe. Aber gut, wir sind nah dran, ne? Deine Reise endet hier und jetzt. Peng. Oh. Okay, jetzt habe ich einfach nicht genug gemacht. Auf jeden Fall schon mal stark begonnen. So. Na, komm her. Ah, diese. Na, komm her. Ich zeige dir die wahre Beherrschung der Dunkeln Seite. Okay. Peng. Nimmat. Oh, 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 oh. Mist. Zah. Peng. Haben wir jetzt gerade irgendwie gekontert? Okay. Nein. Ich lasse es nicht mit mir machen hier. Mein Freund. Ey, lass mich hier raus. Peng. Zack. Zah. Hm. Komm schon. Komm schon. Ah, ah, ah. Nein, 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 Vader. Das lass mir nicht zu. Oh, 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 oh. Scheiße. Gut. Peng. Peng. Sehr gut. Ah, 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 ah. Nein, nein, nein. Auch diesmal nicht. Mist, doch. Anscheinend schon. Oh, shit. Ah, 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 nein. Shit. Es wird eng, aber mal wieder gewinnt Vader. Ich kann nur hoffen, ich kann nur hoffen, ich kann nur hoffen, ihn durch Sprint-Heebe zu treffen. Wow. So. So. Oh, shit. Oh, shit. Oh, das ist echt. Ist ein knappes Ding, aber ich glaube, er wird es gewinnen. Peng. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 nein. Glück habt. So. Oh, oh, oh. Oh, 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 nein. Glück habt. Nein, ich will noch nicht drauf gehen. Versuch habe ich noch. So. Ja, da ich jetzt so wenig Platz habe, ist hier W natürlich extrem stark. So. Und ich bin tot. Ah, schade. Aber dafür ist der zweite Teil sehr einfach. Deine Reise endet hier und jetzt. Alter. Alter. Der will einfach nicht hier die Dinger auswählen. Was auch immer das für Teile sind hier. So. Mann. Die wählt einfach nicht aus hier. So. Geht doch. Geht doch. Jetzt mal endlich hier. Super. Ich habe gerade keine Macht. Okay. Ich zeige dir die wahre Beherrschung der dunklen Seite. Okay. Jetzt kommt er hierher. Wow. Auch heiß geworden. Nein, nein, nein. Ich will auch nicht sterben. So. Hang. Nein, 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 nein. Ah, ich glaube, ich bin ja tot. Ah, mit nichts. Boah. Ah, shit. Also, schubsen kann man immer noch. Wie man sieht. Deswegen kann ich da rüber eventuell was machen. Aber schon. Super. Naja. Hang. Wow. Das war's dann. Ich lebe noch. Nein. Glück gehabt. Aber das war's jetzt. Beda ist ein harter Gegner. Das halten wir so fest. Deine Reise endet hier und jetzt. So. Bäm. Zack. Haut ganz schön rein hier. Okay. Und rüber hier bitte. Super. Super. Du wirst sterben wie dein Vater. Okay, ich brauche jetzt wieder ein bisschen Macht. Ich zeige dir die Ware. Wir haben schon. Okay, gut. Es war nun ein bisschen noch gemütlich hier. Okay, willst du es hier wieder wagen? Ja. Ja. Automatisch. Ah. Wir können auch versuchen immer durch Schub. Und quasi immer irgendwann mal zum Duell heraus zu fordern. Dass sie dann quasi einsetzen können. Gerade eben. Oh, geil. Auch nicht schlecht. Okay. Nein, 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 nein. Oh, oh. Shit. Nein. Okay. Da konnten wir ihn gerade zerquetschen. Nein. Hängen geblieben. Komm schon wieder. Komm schon wieder. Komm schon. Nein. Mist. Okay. Hang. Ja, komm schon. Ja. Geil. Cool. Peng. Der holt einer Vader wirklich gefährlich gerade. Der war wieder rausgekehrt.